Ja, Schnurny, was ist denn? Willst du auf meinen Schoß? Du wolltest noch nie auf meinen Schoß. Da hoch oder nicht? Hm? Ja, höp. Ja, hallo. Chat, das ist noch nie passiert. Sie ist noch nie auf meinen Schoß gehüpft. Ich meine, sie hat ihn nur als Hocker benutzt, um auf den Tisch zu kommen. Aber das ist ein sehr wichtiger Moment für die Luna-Hübi-Bindung.